Töte jeden, verhindere, dass jemand entkommt. Kooperieren mit SCP. Okay, willkommen Leute, hallo. Diesmal ist das cool in Online-Game. Alter. What the... What the Freak? Was bist du denn eigentlich? Ich bin irgendeiner, ich weiß es nicht. Ich bin irgendein Gefangener. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ich weiß nicht, wie viele Spieler drin sind. Okay. Und die Atmosphäre ist schon heftig. Ja, wie verhindere ich, dass halt jemand entkommt? Muss ich denjenigen treffen, oder? Ich... Ich glaube, da bin ich gemeint. Ich weiß es aber nicht genau. Äh... Naja. Ich weiß es aber allerdings nicht. Kann auch sein, dass es gleich einfach durch Zufall auf die Stoße. Und dann bin ich natürlich tot wahrscheinlich. Ich bin einziehen, oder was? Ich weiß nicht, wie viele jetzt draußen sind. Waren vorher welche drauf, oder? Nö. Ja, eigentlich spielt man das Spiel mit mehr Spielern, da es verschiedene Rollen gibt. Richtig, so kenne ich das auch nicht. Was? Ich bin irgendwo reingelaufen. Da kommen auf einmal so Blitze. Ja, du hast gewonnen. Was? WTF? Hä? Okay. Ja, ich guck nochmal nach einem anderen Server, wo mehr Leute drauf sind. Ach, jetzt funktioniert es auch mit EU-Central. Ja? Achso, okay. Muss man mal gleich eine Einladung schicken. 2 MS. Ich kacke ab. Ich hab 5. Schickt man mal eine Einladung? Ja, warte. Na. Du bist Zuschauer. Du wirst bald wiederbelebt. Hab in der Zwischenzeit viel Spaß beim Zusehen, wie alles schief geht. Wissenschaftler, Klasse D. Chris. So are the red people the overall care contamination is over and over Twitch. Aufweber Twitch. Äh. Der dead people come perfectly dead speed. Okay, Kao, äh, ich muss irgendwem helfen. Ja, ich bin auch so ein Typ. Ich bin hinter dir, ich bin jetzt vor dir. Ja? Okay. Wir schließen uns mal der Gruppe an. Haben wir keine Waffen? Doch, haben wir. Weiß ich nicht. Wir haben mal Waffen? Ja. Einer ist jetzt nicht mitgekommen. Ist das gewesen? Ja. Wie kann man reden? Ich brauche eine Waffe. Tab drücken, dann auf die Waffe drücken. Ah, okay. Okay. Ku push to talk. Hey guys. I'm new in the game. Waffenbearbeitungstablet? Was ist das so ein Fick? Ach, das ist du ja. Stör. Oh Gott! Hilfe! Renn! Run, run, run! Hinter dir! Das Viech kommt. Ich weiß. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Alle rein. In den Fahrstuhl, Alter! In den Fahrstuhl, Alter! In den Fahrstuhl! 3 aus 5 Generator aktiviert Achso Okay Ich hab keinen Plan Von da Ne, hier ist noch einer gestorben Oh Was haben wir denn hier? Taschenlampe Hi Ich glaub das war sogar zum richtigen Zeitpunkt Wieso? Weil da wieder so ein komisches Geräusch war Echt? Meinst du da war wer oder? Glaub ja Alte wir sind jetzt hier nur noch zu dritt Ist ab Keine Ahnung wo die anderen sind Wenn ihr überhaupt noch wer lebt Ich weiß nicht mehr wo ich hier hinlaufe Okay Okay Ja gut Keine Ahnung Irgendwie bin ich hier grad mehr oder weniger der Anführer der hier alle hinführt Wofür ist denn das denn? Kommt hier rüber? Thomas Ich weiß nicht mehr ob mein Mikro eingestellt ist Ja ist es Ah Was ist denn hier? Du kannst nur drei Items tragen Ein Netz Ich weiß nicht mehr was die Taschenlampe bewirkt Fuck Wann oder? Die ganze Foundation Sicherung wurde getötet Da einfach Wissenschaftler überlebt Getötete SDPs Ja doch das müssten wir sein Crazy Schocker Applaus Krasse Runde